PV-Betreiber, die bis 2022 ihre PV-Anlage angeschafft haben, müssen auch in 2023 eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Was dabei zu beachten ist und warum einigen PV-Betreiber nur noch wenige Stunden verbleiben, das klären wir jetzt. PV-Betreiber, die erst in 2023 ihre PV-Anlage angeschafft haben, sind Kleinunternehmer und diese müssen sich jetzt in eine Warteschleife begeben. Am Schluss des Videos sagen wir Ihnen noch, wer auch in 2023 trotz Befreiung in der Einkommenssteuer eine Anlage EÜR 2023 abzugeben hat oder abgeben sollte und wir geben einen Hinweis auf ein kommendes Video zur Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen. Mein Name ist Stefan Mücke und wenn Sie Steuer zahlen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Bevor wir starten, darf ich Ihnen und Ihrer Familie noch alles Gute, Gesundheit und Glück im neuen Jahr wünschen. Ja, PV-Betreiber, die auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet haben, müssen jährlich eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Für das Jahr 2023 müssen wir die PV-Betreiber unterteilen. Typ 1, das sind die alten PV-Betreiber, die bereits wieder Kleinunternehmer sind oder erstmals ab dem Jahr 2023 die Option zur Steuerpflicht wieder rufen konnten. Typ 2, die PV-Betreiber, die die Anlage zum Nullsteuersatz angeschafft haben, also nach dem 01.01.2023. Typ 3, PV-Betreiber, die die Anlage bis 2022 angeschafft haben und unser Entnahmemodell aus dem Plattenberg-Modell noch nicht umgesetzt haben. Für diese PV-Betreiber läuft die Uhr jetzt ab. Typ 4, PV-Betreiber, die die Anlage auch bis 2022 angeschafft haben, aber unser Entnahmemodell aus dem Plattenberg-Modell bereits umgesetzt haben, um die Umsatzsteuer auf den Strom-Eigenverbrauch zu sparen. Beginnen wir mit den PV-Betreibern vom Typ 1 und Typ 2. Diese PV-Betreiber sind Kleinunternehmer und wären nach dem aktuellen Umsatzsteuergesetz zur Erstellung und Übermittlung einer Umsatzsteuererklärung 2023 verpflichtet. Artikel 31 des Wachstumschancengesetzes sieht allerdings eine Befreiung von der Erklärungspflicht für Kleinunternehmer vor. Das Gesetz hängt wegen dem Sondervermögen und der Klatsche der Ampelregierung durch das Bundesverfassungsgericht noch im Gesetzgebungsverfahren, sodass sich die PV-Betreiber in einer Warteschleife befinden. Wir empfehlen abzuwarten. Wir gehen davon aus, dass die Befreiung von der Erklärungspflicht bald gesetzt werden wird. PV-Betreiber vom Typ 3 haben in 2022 oder in 2019, 20 bzw. 2021 die PV-Anlage angeschafft und den vollen Vorsteuerabzug geltend gemacht. Umsatzsteuervoranmeldung sollten wegen der Befreiung von der Abgabepflicht in 2023 nicht abzugeben gewesen sein. Im Jahr 2023 wurde Strom erzeugt, eingespeist und selbstverbraucht. Diese Umsätze, also die Einspeisung und der Stromselbstverbrauch sind in der Umsatzsteuererklärung 2023 zu erklären und die Umsatzsteuer hierfür abzuführen. Mit unserem Do-It-Yourself-Tool für die PV 2023 können Sie die Ein- und Auszahlung einfach erfassen. Das Tool berechnet die Werte inklusive der Umsatzsteuer auf den Selbstverbrauch und am Ende können Sie die Werte dann in die Umsatzsteuererklärung 2023 übernehmen. Wer Vermieter einer Wohnung oder eines Hauses ist, für den ist vielleicht unser Do-It-Yourself-Tool zur Vermietung 2023 interessant. Bei den Umsätzen zum allgemeinen Steuersatz berücksichtigen wir die Umsätze aus der Einspeisung in Höhe von 1297 Euro. Das ist der Nettobetrag aus den Bankgutschriften des Netzbetreibers für die Abschläge 2023 und den Abrechnungsbetrag aus dem Vorjahr aus dem Jahr 2022. Solange wir das Entnahmemodell aus dem Plattenberg-Modell nicht genutzt haben, müssen wir in Zeile 23 den privaten Stromeigenverbrauch als unentgeltliche Wertabgabe besteuern. Den Umsatz hierfür haben wir ausgehend vom privaten Stromverbrauch und dem üblichen Stromeinkaufspreis zu ermitteln. Bei 3200 Euro fiktivem Umsatz beträgt die Umsatzsteuer 608 Euro. Umsatzsteuer wurde uns in Höhe von 57 Euro in Rechnung gestellt. Diese erklären wir als Vorsteuer in der Zeile 79. Umsatzsteuer und Vorsteuer saldiert betragen 797,43 Euro und wir übertragen diese verbleibende Umsatzsteuer in die Zeile 117 bzw. das wird in Elster automatisch angezeigt. Von der Abgabe von Voranmeldung waren wir befreit, sodass wir ein Vorauszahlungssoll von 0 Euro in der Zeile 118 berücksichtigen. Der sich ergebende Nachzahlungsbetrag in Höhe von 797,43 Euro ist einen Monat nach der Übermittlung zur Zahlung an das Finanzamt fällig. Der PV-Betreiber kann also die Nachzahlung leisten oder er kann prüfen, ob er jetzt noch schnell das Entnahmemodell aus unserem Plattenberg-Modell anwendet und so die Umsatzsteuer auf den Strom-Eigenverbrauch, das waren in unserem Beispiel 608 Euro, für das Jahr 2023 sparen will. Mit unserem Entnahmemodell aus dem Plattenberg-Modell haben wir nämlich den Nullsteuersatz, der eigentlich erst ab dem 01.01.2023 eingeführt wurde, auch für die Altanlagenbetreiber nutzbar gemacht. Mittels unserer Entnahmeerklärung wird die PV-Anlage aus dem Unternehmensvermögen herausgelöst, entnommen und in das Privatvermögen überführt. Und wenn die PV-Anlage umsatzsteuerrechtlich privat betrieben wird, dann kann es auch keine Entnahme des Stroms aus dem Unternehmensvermögen geben. Im Gegenteil, der privat erzeugte Strom wird jetzt in das Unternehmen eingelegt, soweit dieser eingespeist wird. Wieso müssen die PV-Betreiber jetzt handeln? Nun, das Entnahmemodell wurde monatelang von den Finanzbehörden abgelehnt und erst mit dem BMF-Schreiben vom 30. November 2023 haben die Finanzbehörden letzte Einzelfragen zum Nullsteuersatz und zu unserem Entnahmemodell geklärt. Und weil das so lange gedauert hat, erlauben jetzt die Finanzbehörden eine rückwirkende Entnahme zum 1. Januar 2023, vorausgesetzt die Entnahme wird bis zum 11. Januar 2024 erklärt. Wer also nicht mehr als nötig Steuern zahlen möchte, muss die Entnahme noch bis zum 11. Januar 2024 erklären. Danach ist der Zug für das Jahr 2023 abgefahren. Es ist bemerkenswert und verdient Lob, dass die Finanzbehörden die rückwirkende Entnahme anerkennen, weil nach dem Gesetz ist das nicht möglich. Bei PV-Betreibern, die das Plattenberg-Modell bereits angewandt haben, also Betreiber vom Typ 4 oder PV-Betreiber, die jetzt noch bis zum 11. Januar 2024 die Entnahme erklären, sieht die Umsatzsteuererklärung dann etwas anders aus. An der Erklärung der Einspeiseumsätze ändert sich nichts. Die Einspeiseumsätze sind 2023 und so lange zu erklären, bis die Option zur Regelbesteuerung wieder rufen werden kann. Die Bindefrist beträgt fünf Jahre. Wenn Sie in 2022 angeschafft haben, dann sind Sie bis einschließlich 2026 gebunden und können ab 2027 wieder Kleinunternehmer werden, was aber kein monetärer Aufwand ist. Einen Stromeigenverbrauch müssen Sie nicht mehr erklären. Der Strom, der selbst verbraucht wird, wird jetzt nach Umsetzung unseres Entnahmemodells umsatzsteuerrechtlich im Privatvermögen erzeugt, sodass für eine Umsatzbesteuerung kein Raum mehr ist. Sie sparen sich damit in unserem Beispiel also die 608 Euro Umsatzsteuer. Im Jahr 2023 müssen wir jetzt aber den Umsatz aus dem Entnahmemodell erklären. Wir liefern ja fiktiv die PV-Anlage aus dem Unternehmensvermögen an uns selbst in das Privatvermögen. Dieser Umsatz hierfür beträgt in unserem Beispiel 23.532 Euro. Die Berechnungsvorlage für den Entnahmewert ist im Modul 5, Lektion 3 des Plattenberg-Modells enthalten. Der Umsatz von 23.532 Euro muss uns nicht erschrecken, denn für die Entnahme gilt der Nullsteuersatz. 0% von 23.532 Euro bleibt 0 Euro. Auf die Erklärung des Umsatzes aus der Entnahme können und dürfen wir allerdings nicht verzichten. Und nein, durch die Entnahme wird keine Rückzahlung der erhaltenen Vorsteuer aus der Anschaffung ausgelöst. Die Vorsteuer von 57 Euro bleibt in vollem Umfang abzugsfähig, denn die Vorsteuer soll die Leistung des Steuerberaters für das Vorjahr betreffen. Würde Vorsteuer zum Beispiel für die Wartung 2023 angefallen sein, dann kann diese trotz der Entnahme anteilig berücksichtigt werden. Anteilig im Umfang der Einspeisung zur Erzeugung. Hier ein Tipp. Wenn es sich nur um ein paar Euro handelt, dann würde ich auf die Vorsteuer verzichten. Ich höre schon einige Finanzämter, die bei einer 25%igen Einspeisung die 90%-Hürde dann wieder in Frage stellen. Wegen der Befreiung von den Umsatzsteuervoranmeldungen beträgt das Vorauszahlung soll 0 Euro. Die Abschlusszahlung beträgt jetzt nur noch 189,43. Zum Vergleich, ohne die Anwendung unseres Plattenberg-Modelles waren es noch 797,43 Euro. Wir sparen also 608 Euro. Für begünstigte PV-Anlagen muss in 2023 keine Anlage EÜR mehr abgegeben werden. Wer in 2023 angeschafft und einen Investitionsabzugsbetrag in 2021 oder bei Bestellung bis 30.11.2022 einen IAB-Abzug in 2022 Geld gemacht hat, der sollte, nein, der muss trotz Befreiung von der Gewinnermittlung eine EÜR für 2023 abgeben. Ohne die notwendige Gewinnhinzurechnung und Absetzung der Anschaffungskosten wird Ihnen sonst das Finanzamt schon aus diesem Grund den IAB-Abzug in 2021 oder 2022 rückgängig machen. Wie dies zu erklären ist, haben wir unseren Mitgliedern im 7G-IAB-Komplex im Modul 5 für das Jahr 2022 gezeigt. Für 2023 gilt es entsprechend. Die Anlage EÜR 2023 ist in diesen Fällen absolute Pflicht, auch wenn das die Finanzbehörden noch anders sind. Zur Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrages aus 2021 führen wir diverse Musterverfahren bei verschiedenen Finanzgerichten. In einem kommenden Video wollen wir Ihnen weitere Informationen zu den ernstlichen Zweifeln, zu den Aussetzungsverfahren und auch zur Verfahrensruhe geben. Gerne schreibt Ihnen das Finanzamt, dass es dem Einspruch nicht stattgeben kann. Dieses Schreiben ist fast bedeutungslos. Dieses Schreiben kommt von der Veranlagungsstelle, also aus dem Bereich, aus dem auch die Veranlagung durchgeführt wurde. Erst dann wandert der Bescheid bzw. der Einspruch in die gesonderte Rechtsbehelfstelle beim Finanzamt. Ernst wird es erst, wenn Sie eine Einspruchsentscheidung erhalten. Für die Verlustverrechnung 2022 ist bislang noch kein Verfahren anhängig, da uns in den Musterverfahren noch keine Einspruchsentscheidungen vorliegen. Falls ein Mitglied im 7G-IAB-Komplex auf ein Finanzamt trifft, das es besonders einig hat, dann bitte melden. Wir prüfen gerne, ob wir bei Vorliegen der Totalgewinnprognose die Klage übernehmen können. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.